Wer sich bei mir einen Smoking-Light will für einen Tag aussehen wie ein König. Jedes Hemd muss perfekt sein, das ist harte Arbeit. Die Wäsche kommt ja erst nach zwei, drei Tagen zurück. Solche Soßenflecken sind dann völlig eingetrocknet. Früher blieben manchmal Rückstände. Ariel Futur mit Aktivsauerstoff weicht eingetrocknete Flecken wieder auf. Winzige Sauerstoffbläschen sprudeln sanft ins Gewebe. Mit Aktivsauerstoff löst Ariel Futur die meisten eingetrockneten Flecken so, als wären sie frisch. Die Leute kommen gern zu mir, weil meine Sachen nie geliehen aussehen. Ariel Futur mit Aktivsauerstoff, weil es einfach reinerwäscht.